Moin Panerillos, mein Name ist Sonny und herzlich willkommen bei LASDAS, wir gucken, mag sein, da hat mir die VR1, äh, die Quali, Machen wir, stopp, da hat mir die Quali eigentlich auch recht gut gefallen, weil er ziemlich coole Reimketten hatte, und jetzt ist er dran gegen King Schmierflansch, featuring Gerd McFly, oh, den muss ich mir auch noch angucken. Ey, yo, die Paarungen sind da, man, und es läuft viel geschmiert, denn man kriegt häufiger hier nur noch Beute serviert, und alle fragen, kann der Markt es regeln, denn im Vergleich zum Skill, dein Name noch anders denkt, man, guck wie ne Kugel, einfach direkt in dein Hirn trinkt, der alles voller Blut, man nennt dich da, nach König Schmierflin, im Gegner hab ich keinen gefunden, in Johan Bein ich nen Jungen, nur nach der Quali tappt der Blut, einfach noch weiter im Dunkeln, zieht ja die Reime hier, man, noch länger, hau ich dir mal locker an den Kopf, wenn er tritt sich wie im Kopf, er sucht im Battle nach der Tanzfläche, und gegen den Markt geht er hier baden, Flanschbecken, ey, yo, Flanschbecken, okay, warum bindet er sich an Dauer und die Schuhe, hat das nen Sinn? Ich glaub einfach paar böse Wörter, erledigt dich in dieser Runde, und man hält mich danach direkt wie ein Königsmörder, ich geb dir Bengel noch nen väterlichen Rat, ja glaub mir, ich bin nicht dein Gegner, nein, dein Gegner ist der Tag, du sagst, rappen ist für dich, so wie das Fahrradfahren, wenn du radest, wie du rappst, kannst du kein Fahrradfahren, okay, das liegt auf der Hand, das ist Flanschmann gegen Fachmann, was hast du gedacht, dafür, dass du Down-Syndrom hast, hast du das wirklich gut gemacht, du sagst in der Qualifikation, dich schmeißt hier niemand raus, Flanschmann, du sprichst Max, sei ganz schön komisch aus, Nisi, es ist Gerd, schöner Name oder nicht, du Hampelmann, deine Mom hab ich vor Jahren schon gefickt, schon gefickt, schon gefickt, schon gefickt, schon gefickt, schon gefickt, das ist ein bisschen wie Penis mit Hut, aber okay, ja, war auch ganz cool, war jetzt nicht so in dem Stil von der Quali, aber kann man sich auch mal geben, Gerd McFly guck ich mir auch noch an, der ist eigentlich auch recht cool, der Typ, ja, bis zur nächsten Folge und ab in die Kommentare, stay bam, tschüss! ARD Text im Auftrag von Funk